Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich grüße Sie in der neuen Börsenwoche mit einer weiteren Ausgabe des Videostrategietikers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Montag, dem 27. Juni. Die letzte Börsenwoche endete mit einer eher schwächeren Note. Der DAX gab am Freitag um 0,39 Prozent nach. Etwas ausgeprägter war das Minus beim Eurostoxx 50 mit 0,55 Prozent und die Amerikaner legten noch eine Schippe drauf beim S&P 500 mit minus 1,17 Prozent. Griechenland, das Thema bleibt weiterhin virulent und relevant. In dieser Woche wird es nochmal spannend, denn morgen soll im griechischen Parlament über das Sparpaket abgestimmt werden. Es ist eine sehr, sehr wichtige Frage, denn davon hängt auch ab, ob die nächste Hilfstranche von 12 Milliarden Euro gezahlt wird. Ich gehe davon aus, dass dies tatsächlich gelingen wird, dass man sich jedoch durchringen wird, dieses Sparpaket abzusegnen. Es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber für die Griechen steht natürlich immens viel auf dem Spiel. Denn sollte es tatsächlich kein Ja für das Sparpaket geben, dann würde die Situation voraussichtlich sehr unschön werden für Griechenland selbst mit den Ansteckungsgefahren, die sich auch ansonsten für Europa und die europäische Bankenszene ergeben würden. Also ich rechne eher damit, dass sich die Griechen doch auf ein Ja zum Sparpaket verständigen werden. Falls nein, wäre das eine sehr schlechte Nachricht. Vielleicht verwandt zu diesem Thema Italien. Dort gab es am Freitag eine sehr markante, spannende Entwicklung, eine nicht so ganz erfreuliche Entwicklung, und zwar in Bezug auf die italienischen Banken. Zeitweise waren einige Bankaktien ausgesetzt vom Handel und am Tagesende gab es doch auch markante Verlierer, zum Beispiel die Banker Intesa und Unikredit, die beide etwa 5% verloren. Was ist der Hintergrund? Es ist ja so, dass Italien generell ganz anders ist als Griechenland in Bezug auf die Struktur. Italien hat ebenfalls eine sehr, sehr hohe Verschuldung, gemessen an der Wirtschaftsleistung. Die Staatsverschuldung liegt bei ungefähr 116% der Wirtschaftsleistung. Das ist ein hoher Wert, eigentlich ein Wert, wo es schon auch gewisse Gefahren gibt. Aber Italien hat viel mehr als Griechenland eine industrielle Basis und die Verschuldung dürfte zu einem ganz großen Teil auch im Land liegen, sodass es also hier keine ganz vergleichbare Situation ist. Und schön ist natürlich, dass Italien eine sehr wackelige politische Führung hat. Berlusconi dürfte bei vielen Akteuren kein großes Vertrauen mehr haben. Also von politischer Seite hier keine starke Basis, kein starkes Fundament. Aber der eigentliche Aufhänger für die Schwierigkeiten der Banken oder der Bankaktien, sagen wir mal, am Freitag, waren wohl eher die Ratingagenturen. Es ist ja im Mai gewesen, dass die Ratingagentur Standard & Poor's eine Absenkung im Ratingausblick von neutral auf negativ für das Land vorgenommen hat. Auch vier große italienische Banken mit Fokus auf das Inland wurden im Ratingausblick herabgestuft. Moody's, die andere Ratingagentur äußerte, die Warnung vor einer möglichen Rückstufung von 16 italienischen Banken, also quasi ein Rundumschlag. Und das ist natürlich schon eine etwas brisante Situation, die die Märkte etwas nervös macht. Eigentlich auch in den Kontext passt, dass sofern Griechenland tatsächlich in eine nicht geordnete Abwicklung hineingehen würde, dass dann tatsächlich für die europäische Bankenszene einige Ansteckungsgefahren da wären, die man nicht ganz auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also ganz akut ist das Problem noch nicht. Aber die italienischen Banken sind schon ein Themenbereich und generell Italien ein Themenbereich, den man ein Stück weit mitverfolgen kann. Italien ist ein sehr, sehr großer, starker Bondmarkt. Entsprechend könnten eben die Auswirkungen doch auch recht stark, recht weit verbreitet sein. Das ist auch insofern bemerkenswert, als dass Italien ja noch nicht mal im Vierer-Club der europäischen Problemländer sind, also noch nicht mal Teil des Peaks-Club oder Gips-Club, je nachdem, wie man das nennen will, ist. Also Irland, Portugal, Spanien und Griechenland. Sollte hier das Land also tatsächlich in konkretere Schwierigkeiten kommen, dann wäre das natürlich eine recht starke Verschärfung der Krisensituation in Europa. Schauen wir auf einige Aktien bzw. Unternehmen. Fangen wir mit MAN an. Heute ist HV, also Hauptversammlung, bei MAN. Das heißt, morgen wird die Aktie dann ex-Dividende gehandelt. Das ist vielleicht schon mal vorbereitend. Aber ansonsten ist die Frage, wie wird der Großaktionär VW vorgehen und inwieweit wird es vielleicht Annäherungstendenzen in dem Dreierverbund geben von VW, Scania und MAN. Das ist also die wichtige Frage. Ich halte den Kurs für MAN für sich alleine genommen, für deutlich ausbaufähig mit den Wachstumsträgern oder Hoffnungsträgern China und Russland. Nächste Aktie ist Rot und Rau. Mayer Burger ist doch erfolgreich gewesen mit dem Übernahmeangebot. Man kommt auf mehr als 75 Prozent per Ende der Geburtsfrist. Möglich war das auch dadurch, dass der Unternehmer und Großaktionär Jürgen Gutekunst die Beteiligung von 19,9 Prozent an Mayer Burger andiente. Und damit wird eine Aufstockung des Geburts von Mayer Burger an Rot und Rau natürlich unwahrscheinlicher. Und es sinkt natürlich auch die Notwendigkeit oder die Dringlichkeit für Mayer Burger, über die Börse bei dieser Aktie weiter zuzukaufen. Kommen wir zum Terminkalender. Da sieht es heute recht dünn aus. Es gibt eine Meldung aus den USA, die man vielleicht so ein bisschen mitführen kann, aber es ist keine so ganz entscheidende Meldung. Und zwar um 14.30 Uhr unserer Zeit die Informationen zu den persönlichen Einkommen und Auslagen im Mai. Abschließend orientieren Sie sich beim DAX ruhig an der Marke von 7.000 Punkten. Wir sind in einem Umfeld, wo es viele Risiken gibt. Andererseits aber bei den Unternehmen, das sagte der letzte Freitag, die Stimmung immer noch sehr, sehr gut ist oder sich sogar zuletzt etwas verbessert hat. Bezug auf Deutschland und gemessen am IFO-Geschäftsklimaindex. Also eine etwas zwiespältige Situation, die letztlich dazu führen dürfte, dass der DAX mehr oder weniger fest fixiert ist in einer gewissen Trading Range. Diese kann man sehen zwischen 7.000 und etwa 7.500, 7.600 Punkten ungefähr. Solange wir innerhalb dieser Range sind, ist das Bild zunächst einmal so weit erstmal in Ordnung, zumindest was die Chart-Technik angeht. Sollte es einen Ausbruch geben, nach unten hin, dann wäre das natürlich zunächst einmal ein negatives Signal, wo man also wirklich auch vorsichtig sein sollte. Wir hatten uns im Frankfurter Börsenbrief ohnehin schon defensiv oder defensiver, sagen wir mal so, aufgestellt. Achten Sie bitte auf die Einhaltung von Stopp-Marken. Seien Sie sehr wählerisch, was Neuengagement angeht. Schauen Sie auf ganz spezielle Stories. Schauen Sie auf konkrete Timingsignale, auf relative Stärke. Schauen Sie auf ausgewählte Derivate, denn ein so volatiles Umfeld bietet natürlich auch eine Menge an Möglichkeiten. Das war es für heute für den Wocheneinstieg. Ich wünsche Ihnen eine gute Börsenwoche. Viel Erfolg. Ihr Walter Tissen. Vielen Dank. Vielen Dank.